Du befindest dich gerade in einer Lebenskrise und suchst dringend nach Tipps, wie du diese Krise meistern kannst? Dann schau dir dieses Video an. In diesem Video werde ich dir die Geschichte von einer prominenten Persönlichkeit erzählen, die sich vor ihrem Durchbruch ebenfalls in einer großen Krise befunden hat. Außerdem werde ich dir drei Tipps mit an die Hand geben, die dir helfen werden, besser durch die Krise zu kommen. Schau dir dieses Video deshalb unbedingt bis zum Ende an. Mein Name ist Jasmin Franke. Ich bin Autorin und in meinen Büchern beschäftige ich mich damit, wie du dein Leben glücklicher gestalten kannst und deine Träume verwirklichen kannst. Die prominente Persönlichkeit, von der ich dir heute erzählen möchte, ist die Bestseller-Autorin J.K. Rowling. Falls dir der Name noch nichts sagt, J.K. Rowling ist die Bestseller-Autorin von Harry Potter. Mittlerweile gehört J.K. Rowling zu den wohlhabendsten Frauen weltweit und ihr Vermögen wird größer geschätzt als das der Queen. Doch das war nicht immer so. In einer Rede auf der Harvard University auf einer Abschlusszeremonie erzählt sie von ihrem Leben vor ihrem Durchbruch als Bestseller-Autorin. Sie beschreibt die Zeit damals als die dunkelste und schwierigste Phase in ihrem Leben. J.K. Rowling war zu diesem Zeitpunkt alleinerziehend. Ihre Ehe war nach nur einem Jahr in die Brüche gegangen. Und sie war zudem arbeitslos und konnte sich kaum die Miete leisten. Und obwohl diese Zeit so schwierig für sie war, beschreibt sie sie im Rückblick als die befreiendste Erfahrung, die sie gemacht hat. Warum? Sie hatte alles verloren. Und trotzdem war sie noch am Leben. Sie hatte eine Tochter, die sie über alles liebte und eine Schreibmaschine. Und somit konnte sie das machen, was sie am allerliebsten machte, nämlich schreiben. In dieser Zeit schrieb sie ihre heute so erfolgreichen Bücher. Als ob diese Geschichte nicht schon erstaunlich genug wäre, kam hinzu, dass J.K. Rowling von zahlreichen Verlagen zunächst abgelehnt wurde. Ich konnte nicht genau herausfinden, wie oft das Skript zu Harry Potter abgelehnt wurde, bevor sie schließlich doch einen Verlag fand, der das Kinderbuch veröffentlicht hat. Im Internet findet man mal die Zahl 12, mal die Zahl 17, mal die Zahl 19. In jedem Fall musste sie sehr viel Ablehnung erfahren, bis sich schließlich ein Verlag gefunden hat, der bereit war, ihr Buch zu veröffentlichen. Ich hoffe, diese Geschichte kann dich etwas aufmuntern und kann dir zeigen, dass die schlechten Zeiten in deinem Leben nicht für immer sein müssen und dass dich noch viele großartige Dinge erwarten können. Wie versprochen, werde ich dir jetzt noch drei Tipps geben, mit denen du besser durch deine Lebenskrise kommst. Tipp Nummer 1 Geteiltes Leid ist halbes Leid. Diesen Spruch gibt es nicht umsonst. Wenn du mit anderen über deine Lebenskrise sprichst, dann wirst du dich automatisch besser fühlen. Traue dich also und rede mit Freunden oder deiner Familie über deine Sorgen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass du dich danach besser fühlst, sondern es hat auch noch einen weiteren Grund, warum es empfehlenswert ist, das zu machen. Denn wir alle sind sehr eingeschränkt in unserer Sichtweise. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigene Sicht auf die Dinge. Und manchmal sehen wir den Wald vor Leiterbäumen nicht. Und wenn wir mit anderen über unsere Probleme sprechen, so haben die oft hilfreiche Ratschläge für uns oder vielleicht Punkte, die wir gar nicht gesehen haben. Tipp Nummer 2 Wilhelm Busch hat einmal gesagt, Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in den kleinen Dingen. Auch wenn du dich gerade in einer Lebenskrise befindest, versuche Freude in den kleinen Dingen zu finden. Versuche in deinem Alltag Dinge einzubauen, die dir Spaß machen. Versuche dir Zeit für dich zu nehmen. Sei nicht allzu streng mit dir. Immerhin machst du gerade eine schwere Zeit durch. Versuche öfter mal einen Spaziergang zu machen, an die frische Luft zu gehen, Sport zu machen oder eine Meditation. Einfach Dinge, die dir gut tun, um dich insgesamt wieder besser zu fühlen, trotz Krise. Last but not least, der wichtigste Tipp, geh zu einem Profi. Wenn du absolut keinen Ausweg siehst, wenn du depressiv bist oder dir nicht mehr zu helfen weißt, dann geh zu einem Profi. Hab keine Scheu, hab keine Hemmungen. Es gibt einen Grund, warum es diese Menschen gibt. Sei es jetzt ein Psychologe, ein Therapeut, sei es ein Schuldnerberater. Egal in welcher Lebenskrise du dich gerade befindest, es gibt garantiert jemanden, der sich auch schon einmal in einer ähnlichen Situation befunden hat. Und es gibt meistens auch jemanden, der darauf spezialisiert ist, Menschen wie dir zu helfen. Wenn du nicht weiter weißt, dann lass dir helfen. Du verdienst es, dass es dir gut geht in deinem Leben und wenn du allein momentan dazu nicht in der Lage bist, weil die Umstände zu schwierig sind oder aus welchen Gründen auch immer, dann such dir Hilfe. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Like da lässt oder meinen Kanal abonnierst. Und um dir die Möglichkeit zu geben, im Alltag ein paar kleine Glücksmomente mehr zu erleben, kannst du dir gerne auf meiner Homepage jasminfranke.com ein kostenloses E-Book zum Thema Achtsamkeit herunterladen. Alles Liebe, deine Jasmin. Alles Liebe, deine Jasmin.